Hi Leute, Wargamer hier und heute geht es wieder um Minecraft, ich weiß über die Wochen nicht da, viel zu tun, punkto aus dem Umbau, ich baue gerade das Wohnzimmer um, ja und, ja, wie ihr es schon sehen könnt, ich bin irgendwo, ja, es ist halt wie gesagt, es ist ein Minecraft Update rausgekommen, wie die meisten von euch ja wissen, und ich, Genius, habe vergessen die Map zu sprechen, das heißt, die Map ist weg, ich habe sie nicht mehr gefunden, selbst mit irgendwelchen Recovery Dingen, irgendwas, ja. Warte, wir stehen einfach, ich bin nicht so viel Minecraft, ich bin auch nicht so viel aus, das habe ich nicht immer einfach so auf ein Fach, ich habe, wie gesagt, hier, ich bin schon, ähm, das ist schwierig, auch einfach, ich kann halt aber, ja, selbst, grafisch arbeiten, übrigens in der nächsten zeit werden mehr videos kommen vor allen dingen zu viel viel bettelt wie kommen vielleicht damit die ohren zu hauen also kommentare ist wie meine ersten eindrücke dazu und 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 vieles mehr ich arbeite haben wir jetzt auch ein neues programm zugelegt nämlich adobe premiere cc also wie das videobearbeitungsprogramm plus adobe photoshop cc das heißt ich werde ich muss mich noch mal ein bisschen damit beschäftigen was mir irgendeiner von euch in eine art crashkurs geben kann darin ich freue mich sowas dazu schreiben könnte die was geht wie ich das machen dann nicht das machen kann wie ich das machen und so weiter und ja dann werde ich dafür hoffen dass ich das gut umsetzen kann weil ich bin jetzt war ich kann so gut grafisch arbeiten aber stockblöd in solchen dingen ich kann nicht so gut machen ich hätte erlaubt der natur so müssen wir nur noch ausrechnen wo ich die türe am pfeffer so sieben hier kommt bergbank du kommst weg spackt da da so gehen wir wollen wir holz suchen immer dass wir fertig machen ich muss ehrlich sein moment gab es mal aber so er sucht waren euch irgendwelche themen hier so ein rätseliger mensch aber heute geht gar so ich wollte sich wie gereichen holz okay das gibt man ja dann verwenden für was versichert in gleich wieder da in den ungünstigen momenten wird man immer angerufen das nervt wieder hat kurz gesagt mein handy hat gut geläutet und freundlich angerufen und gefolgt kommst du vorbei und keine lust muss ich ehrlich sein verbrauchen wir unsere beiden schweinefleisch schweinefleisch wir waren über 50 das war wieder also mir zu mir zu mir jetzt punkte den ding sagt wegen dem dieser map ich habe mir keine schriften über was ich reden soll macht ihr mir jetzt einfach schon und dann gesagt ich will jetzt das machen und das tue ich gerade wenn er gerade ist punkt dieser map sei denn nicht die ersten ziel zu mir sagen werden dass ich ein idiot würdet ihr nicht die antiken sein also lebt am teppich ja wir sind nicht so zeit wieder einige motoren drunter auch vielleicht kommt auch mit der flyers mod hinzu wenn ich will wenn ihr wollt dass das zukommt dann hätten wir aus einer art autos und dann wäre das transportproblem eigentlich gelöst nur bringt mir für euch benzin und das alles und das geht dann in die materialien ich glaube nicht wie wir das machen so machen wir das ich werde in das teil nach musik zusätzlich ein bahnweil also irgendein normale musik ich gerne höhe ich noch zusätzlich so einbauen damit ihr euch nicht dauernd die stille anhören müsst weil es auf die dauer schon recht verraten muss ich zugeben wie sogar fahrrad wir wollen jetzt mal stein machen und seine küste geniös heute bin ich irgendwie nicht bei der sache merkt man mir aber glaube ich an liegt vielleicht daran weil ich gestern und heute den ganzen tag die rauf und runter geschleppt habe weil ich ja das wohnzimmer umbauen und das ist viel arbeit für mich ich meine heute alleine habe ich schon wieder was zusammen gebastelt ich habe mir jetzt ein schönes loge kauft also habe ich jetzt ein schuss loge kauft und ja eine neue couch für die leute die nicht wissen was ein schiesler ist kennt ihr das worauf die alten römer immer drauf kleben sind so was ist das sehr gut das staunchen herrscher stand hurra gar nicht mal wie lange schon aufnehmen doch wenn ich neu anfange dann dauert sie noch immer ehlans lang und das geht halt auch die traur aus der nerven übrigens ich habe eine frage wort ihr auch irgendeine art von ja was das kann ich jetzt nehmen team fortress werde ich spiel so ein bisschen dem wort was auch ich will es mit vorhanden wort es gibt habe ich sonst so viele spiele man nicht vor spiel die nicht darüber können jetzt play wird auch noch kommen keine ahnung sehns row 4 das wird noch kommen ich habe da jetzt das ganz bewusst dahingehend war ja sind so viel wie gesagt kommt in absehbarer zukunft ich bin so unfähig dass da durch die tür die leistetischen wir balken dach machen machen wir jetzt weiter kriegst du bist dass diese kiste bald voll sind was war das war das war ein schwein das maß das immer ein haus also wir kommen so ein stirbschwein wir brauchen glas so für stets fest sozusagen ich kann wenig wir brauchen also noch nicht ein spiel 6 es ist gerade mal fast drei und ich bin kurken müde ich weiß so dass man hier zu werden nicht so uns die teil von seinem leben persönlich gehen soll aber es ist momentan auch egal ich habe heute schon viel zu viel gemacht dann habe ich die stelle spiel gesagt ich könnte mir was sinnvolles machen also ich könnte mir was sinnvolles machen also ich könnte mir was sinnvolles machen also den ganz klassischen anfangs burscht aber nein war niemals ohne italien viel zu so ich habe keinen bock mehr vor allen dingen auch mit diesem let's play ich weiß nicht warum ich naja ich verabschiede mich frage wollt ihr noch andere let's play sehen außer microsoft und sehns und was weiß ich dass ich noch alles habe wieder alles dazukommen noch bettel für drei sind die bei et cetera ja also egal wenn ich schon noch nicht weggeschalten habt gibt diesem video daumen nach oben ich weiß es ist vielleicht das mikroschreise und alles darum und dran tut aber keine reine optik objektiv darüber bericht denken was darin erzählen werden zentrum nicht gefallen hat gibt mir trotzdem ein daumen nach oben aber damit ihr euch weiterhin über mich beschweren könnt lasst ein abo da und ich werde mich nächste woche wieder zurück oder vielleicht noch sogar an morgen tschüss ich bin aus euer borgner